hallo willkommen zu einem neuen video in eigener sache und zwar hat meine älteste tochter einen heimlichen audio mitschnitt gemacht ende juli 2019 der eindeutig beweist dass die mutter die tante der ältesten tochter und die oma meiner ältesten tochter psychische gewalt ich würde sogar sagen psychische folter gegen die älteste tochter und ihre drei geschwister ausgeübt haben ihr wisst ja in unserem fall behauptet das gericht nach wie vor ich würde unsere kinder schädigen wenn ich mit ihnen über das wechselmodell rede also die gleichberechtigung der eltern und die erziehung von kindern in gleichberechtigung und ignoriert jedoch alles was ich und die kinder vorbringen was das gegenteil beweist und das gericht hat jetzt auch ende juli diesen audio mitschnitt ignoriert wollte ihn nicht anhören und seitdem ist nichts geschehen und ich habe die einschätzung eines promovierten psychotherapeuten zu diesem audio mitschnitt und dann werdet ihr verstehen warum ich es als psychische folter einschätzen würde und als narzisstischen missbrauch meiner vier kinder durch deren mutter deren tante und deren oma schauen wir mal in die einschätzung des promovierten psychotherapeuten rein der schreibt hier der audio mitschnitt dieser heimliche mitschnitt meiner ältesten tochter eines streites mit der mutter oma tante im beisein ihrer geschwister beweist die richtigkeit von das ist hier wieder die älteste tochter also die richtigkeit der angaben meiner ältesten tochter sie wird ausgegrenzt wenn sie sich nicht loyal zur mutter verhält und wird als verräterin benannt dann gehört sie nicht mehr zur familie ich erkenne einen loyalitätskonflikt nötigung und unterwerfung seitens der mutter und der anwesenden erwachsenen in kleiner steht der ältesten tochter bei deren erziehung schamhaft ist ihre ex frau möchte in ihrem sozialen umfeld als gut angesehen werden und zwingt ihre tochter sich entsprechend auf ihre seite zu stellen als auf die seite der mutter dies überfordert die elfjährige damals war meine erste tochter noch elf jahre alt mittlerweile ist sie zwölf die mütterliche forderung verantwortung zu übernehmen bedeutet den vater verleugnen zu müssen die schamerziehung der mutter steht einer gesunden kindlichen individuellen seelischen entwicklung der tochter entgegen im übrigen reagierte ich auf den mitschnitt mit schlaflosigkeit aufgrund des großen emotionalen druckes auf die älteste tochter der mobbing muster aufweist in klammer drei erwachsene gegen ein kleines mädchen dieser druck hat natürlich auch auswirkungen auf die jüngeren geschwister die bei entsprechender befragung damit meint der psychotherapeut befragung durch jugendamt gericht oder verfahrensbeiständen aus angst vor ausgrenzung nicht ehrlich antworten werden bisher das was das gericht bisher nicht erkannt hat die kinder haben ja mehrere briefe ans gericht geschickt wo sie detailliert erklären wie sie eingeschüchtert wurden um dem gericht eben nicht zu sagen was sie wollen nämlich das wechselmodell diese meine reaktion weist auf die große belastung hin schreibt der psychotherapeut weiter die das auftreten von kopfschmerzen und hautirritationen bei der ältesten tochter und das nägel kauen bei der jüngeren tochter als somatische reaktionsbildung erklären zur erklärung eltern haften für eine elfjährige aber diese sollte nicht für die eltern und deren guten ruf haftbar gemacht werden hier steht es schwarz auf weiß dass meine vier kinder im umfeld der mutter psychischer folter ausgesetzt sind damit sie nicht zu ihrem vater wollen und die älteste tochter ist im mai 2019 genau deshalb von der mutter zu mir geflohen ich bin froh dass ich hier leben kann wie ihr wisst hatte sie 2017 als sie schon mal zu mir floh suizid gedanken weil der richter wollte dass sie zurück zur mutter geht und damals musste sie zurück was ist mit den anderen drei kindern die noch bei der mutter sind wann hilft endlich jemand den drei kindern meiner ältesten tochter und mir die drei kinder sollen ihren vater sehen sie sollen nicht mehr der psychischen folter im umfeld der mutter ausgesetzt sein und die älteste tochter soll endlich wieder mehr zeit mit ihren drei geschwistern haben was jugendamt und gericht entschieden und empfohlen haben ist wiederum psychische folter an unseren vier kindern solange sie die kinder nicht endlich im wechselmodell bei beiden eltern leben lassen wobei angesichts dieser einschätzung des promovierten psychotherapeuten die frage ist ob die kinder derzeit überhaupt bei der mutter sein sollten oder nicht besser bei mir auf aufwachsen sollten wobei ich immer sag die kinder brauchen beide eltern sobald die mutter und ihr umfeld hier umdenken dem wechselmodell zustimmen auf die kinder hören sehe ich die gefahr gebannt die hier von dem psychotherapeuten aufgezeigt wird dann gibt es keinen grund mehr anzunehmen dass die kinder psychischer gewalt und einer psychischen schädigung durch die mutter und ihr umfeld ausgesetzt sind vielen dank fürs zuschauen ich weiß es ist harter tobak danke dass ihr euch das antut wir tun es uns schon seit drei jahren an dass die gerichte und jugendämter untätig sind ob dieser psychischen gewalt im umfeld der mutter die nun endlich mal aufhören muss und endlich jemand eingreifen muss oder die mutter ist endlich selber erkennen muss danke fürs zuschauen wenn ihr über neue videos benachrichtigt werden wollt dann bitte klickt auf den abonnieren button und aktiviert die glocke dann bekommt ihr benachrichtigungen über alle neuen videos wenn ihr selber ein fall habt am jugendamt oder und familiengericht und wir sollen darüber berichten schreibt uns darüber an info at freifam de und spenden könnt ihr auch um unsere sache zu unterstützen die freiheit für familien den link zum den informationen gegen spenden bekommt ihr jetzt im abspann danke nochmal fürs zuschauen tschüss sinds das ja